Meine Frage, wie habt ihr jetzt mitbekommen, dass Maxim streamt? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber wenn ich mit Leona Summoners Rift betrete, kommt hier nicht so eine coole Musik. Ich muss ja immer wieder die Maus links bei mir umrühren. Ja, wenn man, ich glaube, wenn man Twitch-Follower ist, kriegt man eine SMS, äh, eine SMS, kriegt man eine SMS. Nein, man kriegt eine E-Mail. Das da steht, dass ich streame. Eigentlich wollte ich auch meinen Wochenplan unten, da kann man immer sehen, wann ich streame. Und ich will das aber nicht zusperren, weil ich eigentlich fast jeden Tag streame und jeden Tag auf Facebook so habe, ja, ist super langweilig. Ich versuche da mehr so eine Kontinuität von Natur aus reinzukriegen, dass die Leute wissen, Maxim streamt immer. Fast immer. Ich glaube, zurzeit ist Samstag und Freitag so meine schlechtesten Streamtage oder die Tage, wo ich gar nicht streame. Einfach nur aufgrund der Tatsache, da ich samstags... Ähm... Da ich samstags... Okay, wie sind die angefangen? Da ich samstags zu Hause bin und freitags nach Hause fahre, Vielleicht hätte ich, dass die Reihenfolge ja andersrum wählen sollen, aber es ist so. Und ja, das ist dann so quasi das Ding, was dazu führt, dass ich diese beiden Tage nicht streame. Ich versuche mal da Alternativen einfallen zu lassen. Vielleicht, wenn mein Bruder bald streamen kann, streamt er an den beiden Tagen. Und ja, mal gucken. Yeah, yeah. Dream ist gut drauf. Yeah, yeah. Ja. So. Ich glaube, in Leona kann man sich das trauen, hier runde zu gehen. Ich weiß halt immer noch nicht, wer der... Okay, Morgana ist ja sofort. Gut. Das ist ärgerlich, aber okay. Damn. Executed. Oh, das kriegt schon ordentlich Damage. So, erst mal muss ich hier wieder, wenn du dann ausklarkommen hast, als alles eine andere Speede. Oh nein, er tradet schon mal sehr sauber. Hier ein paar Autor-Takes-up. Morgana ist mit... Wow! Mit einem Dorans-Ring. Aber am Start. Gut. Das meine ich super interessantisch. Nice. Good job. Kann man ruhig schreiben. Motiviert immer eure Teammitglieder, auch wenn ihr sie offensichtlich nicht kennt. Da war keiner. Ich versuche, den Rosen zu exekuten. Damit ich mehr Gold rausbekomme. Kann er sehr zurückhalten. Na, das war ärgerlich. Gute ist, dass ich ihn ein bisschen hochheilen kann. Ich will noch so lange, wie es geht, tanken. Oh, shit! Weil ich ihn gestunnte, wäre er tot gewesen. Da wäre er tot gewesen. Mit 98%iger Wahrscheinlichkeit. Aber er hat es vom Binding treffen lassen. Hat sich auch entschuldigt. Ärgerlich, wenn es passiert. Aber ja. Oh, nice. Good job. Wahrscheinlich war das natürlich absolute Stupidity. Ich muss hier erst mal echt klarkommen. So auf den Rechner wechselt, dann wird man richtig bekloppt. Das Gute ist, bei dem Ding gebe ich ihm echt viel Leben ab. 40. 40 ist auf jeden Fall sehr nice. Was ist da los? Dieser Lizenne. Ist hochmotiviert, wenn er mit mir spielen darf. Das ist wunderbar. Woher die Motivation kommt, ist egal. Sei es Leidenschaft. Oder Hass. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Alles ist safe. Wobei ich sagen muss, echt, diese Aufladungen... Die brauchen schon eine ganze Weile. Ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, ob er jetzt gehen will oder nicht. Ich glaube, er macht es abhängig von mir. Ich mache es lieber von ihm abhängig. Okay, die Taktik besteht nun darin, Morgana lieber zu fokussen, damit der Shield auf ihr raus ist. Ich weiß nicht, was die da plant. Aber wenn sie weit weg von ihrem Verbündeten steht, werde ich ihn nicht stun. Ich werde jetzt auch den Großen nehmen können. Aber ich werde jetzt schon mal Leben haben. Das war es. Nein, er hat den auch gekillt. Das war bad. Das war schon bad. Aber nothing is lost. Ja, wir hätten zurückgehen müssen. Das ist die richtige Antwort. Heute noch Team-Ranked ist die Frage. Immer. Wenn Team-Ranked möglich ist, machen wir Team-Ranked. Das ist die Offensichtlichkeit in Person. Ich habe auch schon den Antrag quasi gestellt. Ah, schade. Ich dachte, er gibt ihn ab. Ich habe auch schon den Antrag, er hat einen großen Einfluss, den müssen wir ausnutzen. Aber noch Draven gilt eigentlich als Early-Start. Ich muss sagen. Ich bin jetzt sehr geduldig. Frage ist, inwiefern zahlt sich diese Geduld aus. Das ist mal so eine Grundfrage als Jungler. Wie lange bleibe ich auf einer Lange? Wie lange sitze ich? Antheon kam ja auch zu einem echt ungünstigen Zeitpunkt. Das war ärgerlich. Weil, wenn er nicht gekommen wäre, er hätte im Ellsbury, glaube ich, nur mich darum gefokust. Und dann wäre er schon gestorben. Wer jetzt gerade anruft, das kann nichts Cleveres sein. Das kann niemand sein, der clever ist. Ja, das ist mein Bruder. Offensichtlich. So. Weil jetzt wüsste man, dass ich streame. So, das rufen wir alle an. Alle, die es gibt. Aber sie wissen es nicht. Wo das Gehirn ist. Aber wie soll man das Gehirn auch kriegen? Weil Gehirne gibt es nicht kostenlos. Mein Handy spinnt einfach mal. So, jetzt hat sich's beruhigt. So. Ich beende jetzt mal. Und jetzt scheide ich das Ding aus. Weil, what to do? What to do with the drunken Sailor? Oh, die hätte jetzt wohl Ulti machen müssen eigentlich. Hat sie zum Ding nicht getan. Pantheon ist auf dem Wake. So, wie sieht's vom Farmer her aus? Es will Draven. Oh, sind sie ähnlich. Man fokust immer den, der nicht den Schild hat. Das ist der Plan. Vielleicht war das Flash ein bisschen übertreten. Aber hey. We got the kill. Oh, Soraka gankt. Oh, shit. Ist aber nicht nur Soraka. Und es ist für einen Gangplank, der hilft. Oh, dieser Short-Range-Jump. Nice. Kick. Wow, damit hat er wahrscheinlich beide gerettet. Oh, damit hat er noch einen Kill geholt. Aber war auch nicht schlecht. Schade. Sorry, my bad. Das war wirklich mein Ding jetzt. Da hätte ich nicht reingehen dürfen. Oh, wie hat er die noch getötet? Ah, es war ärgerlich. Ich habe mich durch den Anruf distracten lassen. Aber was erwartet man? Er ruft vor allen Dingen weiter an. Ich frage mich. Wie weit kann ein Gehirn entwickelt sein? Und wo hört die Entwicklung auf? Ich zähle dir mal die Anrufe. Ich zähle sie einfach. Schreibe ich mal seine Ulti raus. Ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ja, ist noch nicht stark genug. Organa hat auch sofort re-engaged. Ich glaube, dass sie sogar geflasht hat. Wenn er jetzt schon die Auto die Dinger nimmt. Junge, gib mir einen Stack. Ich glaube, wir können den Dicken machen. Vermutung, dass wir mit Draven schnell genug sind. Bei irgendeinem Vorteil müssen wir jetzt raus holen, dass die jetzt die Lanes dominieren. Wenn es der... Wait, Drake ist er. So. Kein Mana. Aber jede Menge Stacks. Was ist der hier? Oh, der Blade. Interessant. Oh, ich habe ein Minion gestunt. Aber das Binding ging auf mich und ich glaube, mein Stun, der Ultimate, hat einen überragenden Wert gehabt. Ich frage mich, wann... Ich frage mich, wann Soraka hier Ultimate einsetzt. Oder ob sie das getan hat. Aber das war jetzt okay. Double Kill geholt. Das war jetzt... Nicht der übelste Kill or Fail wie zuvor. Sondern eigentlich gut. Ne? Zwei Kills ist okay. Aber ja. Warte los. Hm, der Switched scheint interessant zu sein. Wie weit bin ich? Wie bin ich so weit? So, die Sonne wird immer aufgehen. Das ist ein Eindruck. Ich brauche den Eindruck, dass da irgendjemand nichts wartet. Oh. Morgana, aber du musst doch aufpassen. Du hast nicht so viel Leben. Oh. Sorry, Bro. Das war mir jetzt super gefährlich. Can't stay there. For too long. Just... Just... I can't. Das ist schon das zweite Mal, dass er beim Schotten gestopstet. Was ist das zweite Mal? Oh, Fail Flash. Lisa, Lisa. Seine Aufgabe ist sehr gut. Wo muss das... Oh, Soraka. Da bin ich zu langsam. Oh, das war... Das war ärgerlich. Nice. Black Shield. Black Shield. Hashtag. Hmm, so we're supposed to offer him to come to team. Dipper. Sorry, Ezreal. No double kill for you. Face of the Mountain. Oder, wie ich ihn nenne, der Gebirgspanzer. Oder wie sie in Deutschland heißt, ne? Die deutsche Übersetzung ist manchmal sneaky. Manchmal ist sie einfach nur profiki. Manchmal ist sie einfach nur stupides Herr. Ich denke, er hätte hier pushen sollen. Aber... Stacks, Stacks. I want to lose my Stacks. Müssen wir mal Türme einreißen. Wenn man so viele Kills hat, müssen wir nochmal ein paar Türme töten. Oh, ich weiß nicht, dass wir nicht so viele Kills haben. Oh. Wow. Oh Gott, du musst doch aufpassen. Shit. Du warst einen in den Mountain. Boom. Du warst einen. Face of the Mouth. Oh, pfff. Oh. Man stellt sich lieber vor, die Ultimate nochmal, man kriegt sie zwar selber ab, aber es reduziert den Schaden für den Nächsten. Drei. So, wie wär's mit Schuhen, Mister... Mister Makeem? Hm? Oh, da war jemand, da war ein Support. Zwei noch vor. Oh, du bist tot. Wenn der doch nur Sloan könnte. Hm, der hat keinen Wanner mehr. Self-Shield! Hm, wie ist das? Was ist das, finde ich, der Sinnlose an der Ultimate von Gangplank? Sie hat überhaupt keinen Impact. Null. Sie da runterregend. Früher war das so... Gangplank... Pfff! Dead Surrender Vote. Dieser Surrender. Oh, dass das hier ein Diamond ist? Da muss ich sagen. Er hat wirklich gut gespielt. Da hat er wirklich gut gespielt. So, was ist das los? Was ist das? So, Lobby Pupopby. Okay. She picked my main. Vielen Dank.